Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch, 22. Mai Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt, wie von Feuer, und es setzte sich auf einen jeglichen unter ihnen. Apostelgeschichte 2, Vers 3 Wie Feuer ist der herrliche Gottesgeist, doch davon wollen wir jetzt nicht weiter reden, denn wer den Heiligen Geist kennt, der weiß das. Wir wollen jetzt einmal achten auf das Wörtland zerteilt. Es ist ein einziges Feuer, aber jeder der Jünger hat seine besondere Feuerzunge. Es ist zwar nur ein Geist, die dritte Person der Dreieinigkeit, aber dieser eine Geist hat in jedem sein besonderes Werk. Als junger Mann saß ich einst in einem Kreise alter, erfahrener Jesusjünger. Sie erzählten, wie Gottes Geist sie erweckt hatte. Da war es wunderbar zu hören, wie jeder seine eigene besondere geistliche Geschichte hatte. In jedem hatte der Geist in anderer Weise gewirkt. Und doch, es ist der eine heilige Geist. Der Apostel Paulus hat in seinem Brief an die Gemeinde in Korinth von den Geistesgaben gesprochen. Da führt er aus, wie der Geist jedem gläubigen Knecht Gottes besondere Gaben gibt. Der eine kann dann Zeugnis ablegen, der andere Geister unterscheiden und der dritte Seelsorge treiben. Jeder hat seine Feuerzunge. Wir leben in einer Zeit, in der man überall die Einheit erstrebt. Millionen denken das Gleiche, wollen dasselbe, fühlen wie alle. Der heilige Geist aber richtet sich nicht nach der Zeitströmung. Er will jeden von uns allein haben. Er will jeden von uns besonders zubereiten. Er hat für jeden einen eigenen Plan zur Errettung. Jeder Gläubige soll besonders zubereitet werden, zur Ehre Gottes. Die Zeit stampft uns ein, aber Gottes Geist holt uns aus der Masse und bildet Menschen zum Ebenbild Gottes. Herr, vollbringe auch in uns dein Gnadenwerk. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Herzlichen Dank für dein Abo, deinen Daumen hoch und deinen Kommentar. Teile gerne meine Videos, somit erfahren mehr Menschen von Gott. Weitere Informationen findest du in der Infobox unterhalb vom Video. Jesus Christus segne dich. ... Musik ... Musik